Herzlich Willkommen bei Juwelier Winkler in Landegg. Wir dürfen euch heute mitnehmen in unser Trauring-Atelier, wo wir heuer wieder von 23.2. bis 2.3. unsere traditionell jährliche Trauring-Ausstellung haben und freuen uns auf ihren Besuch. Für ihren speziellen Tag richten wir unseren Trauring-Bereich in einem speziellen Ambiente ein. Wir haben zu unseren 1000 Stück Eheringe noch ein zusätzliches Programm von unseren Designern da, wo die Auswahl noch mal wesentlich größer ist. Ganz wichtig ist bei den Eheringen, die Ringe werden alle für das Ehepaar gefertigt. Also das, was wir da alles anbieten, das sind eigentlich nur so ein bisschen Orientierungshilfen, dass sich Paare vorstellen können, wie ihr Ehering ausschauen könnte. Wir haben eine eigene Werkstätte, wo wir auch noch Sonderanfertigungen machen. Auf die sind wir ganz stolz. Personalisieren von Schmuckstücken ist allgemein ein Thema. Im Normalfall wird im Ehering drinnen ein Hochzeitsdatum eingraviert unter dem Namen des Partners. Wir haben da die Möglichkeit, dass man das ein bisschen individueller macht, ein bisschen persönlicher, mit zum Beispiel einem Fingerprint, Fingerabdruck in Herzform. Da wird vom Ehepaar die Finger im Herz ein bisschen ineinander fließen. Es gibt da eigentlich keine Grenzen. Wir können die Ringe selber gravieren im Haus mit einer Lasergravurmaschine und wir können auch zum Beispiel, wenn das Ehepaar ein eigenes Logo zur Hochzeit hat, dann können wir das natürlich eingravieren. Und ich glaube, es gibt kein Ehepaar, das bei uns nicht den passenden Ehering findet. Ein klassischer Goldring, als auch ein Ring besetzt mit funkelnden Diamanten oder ein dunkelfarbiger Ring. Die Auswahl ist fast endlos und natürlich können sie auch ihren ganz individuell gestalteten Trauring von Juwelier Winkler fertigen lassen. Einen ganz besonderen Ring haben wir da aus unserer eigenen Kollektion, den wir heuer das erste Mal als Gesamtkollektion präsentieren. Und der ist farblich so ein bisschen dazwischen dem Rosé-Gold und dem Weiß. Der Ring selber ist eher dezent gehalten und ist eine gute Zwischenfarbe zwischen Weiß und Gold. Für das perfekte Fest der Liebe müssen die Trauringe mit größter Sorgfalt ausgewählt werden. Schließlich begleiten sie das Brautpaar ein Leben lang. Für alle, die wohnen am Überlegen sein, ob sie den Schritt wagen sollen. Wir haben auch die passenden Verlobungsringe und natürlich sind da auch keine Grenzen gesetzt. Seit nur mehr 20 Jahren können sich bei Uhrenjuwelen Winkler verliebte Paare im gemütlichen Ambiente des wunderschönen Trauring-Ateliers ihr persönliches Symbol der ewigen Verbundenheit kreieren lassen. Dieses und viele weitere Argumente ließen Juwelen Winkler zu Österreichs Trauring-Spezialisten des Jahres 2022 werden. Das Team von Juwelier Winkler freut sich, sie zu diesem besonderen Anlass beraten zu dürfen. Eine Besonderheit während der Trauring-Wochen bei uns sein, dass sie ihre eigenen Ringe gewinnen können und ich möchte euch nochmal recht herzlich einladen zu unserer Ausstellung vom 23.2. bis 2.3.2024 zu unseren gewohnten Öffnungszeiten. Gerne reservieren wir auch außerhalb die Öffnungszeiten einen Termin für sie, falls es in der Zeit nicht ausgehen sollte. Wir freuen uns auf euer Kommen.